Hallo Freunde und willkommen zurück zu Age of Mythology Retold. In der letzten Folge haben wir die achte Mission abgeschlossen und wollen uns nun in die neunte Wagen Offenbarung. Die Helden müssen den Ramburg von Gagarenzis zerstören, bevor er das geheimnisvolle Tor in der Unterwelt aufbrechen kann. Denn ja, wir sind Gagarenzis in der letzten Folge in den Untergrund oder in die Unterwelt gefolgt. Und ja, der Typ hat nichts Gutes vor, also halten wir ihn auf. Relativ simple Schlussfolgerung. Kurze Vorwarnung noch, bevor wir jetzt loslegen. Ich habe mal mittels Mod die alte Sprachausgabe aktiviert. Zumindest für den Rest der griechischen Kampagne. Die ist glaube ich jetzt nur noch 2-3 Missionen lang, also nicht mehr so lang. Vielleicht schaffen wir es diese Woche, sie durchzukriegen. Und wenn wir dann in die griechische, äh Quatsch, in der griechischen sind wir gerade, in die ägyptische Kampagne starten, dann wechseln wir erstmal wieder zurück. Hören uns die an und wechseln dann vielleicht auch da wieder kurz vor Ende mal auf die alte. Aber jetzt erstmal hinterher und aufhalten. Wir befinden uns in der Unterwelt. Was? Ein Tor, was wohl dahinter ist? Ich weiß es nicht. Aber wenn unser Freund der Zyklop es öffnen will, sollte es besser geschlossen bleiben. Wir müssen diese Ramme zerstören. Ruf sofort nach Verstärkung. Ich muss sagen, gut, ich habe es jetzt nicht, ich müsste es jetzt nacheinander hören. Ich könnte jetzt nicht sagen, ob das die alte oder die neue ist. Was? Verstärkung? Oh, ey. Cool, ein paar Zyklopeln. Macht ja Sinn. So. Ich kann nicht mit Atembewegung machen. Ja, äh, die Ramme müssen wir kaputt machen. Das wird ein bisschen kritisch, aber... Sollten wir ein bisschen kriegen. So, vor allem sollten wir mal gucken, ne? Einen direkter Angriff halte ich für keine gute Idee. Aus dem einfachen Grund, äh, das sind durchaus ein paar starke Einheiten, die da stehen. Und die entsprechend auch gut reinhauen. Falls wir irgendwo hier noch Verstärkung finden, wäre ich da sehr froh drüber. Was ist denn zum Beispiel mit diesem Löwen hier? Dieser nemeische Löwe wird für uns kämpfen. Das ist aber nett. Mal ist da. Mag nicht. Ne, ich kann nicht. Es ist weitere Verstärkung eingetroffen. Was? Oh, nice. Wohl, ume. Prostagma. Mal ist da. Okay, das... Okay, das... Das ist, ne? Das scheint einfach nur zum... Zur Karte zu gehören, aber es hätte auch irgendwie keine Ahnung, ne Furie oder so sein können. Prostagma. Ne. Wir haben noch ein paar Abzeugungen, die wir durchgehen können. Ich meine, okay, na die... Oh. Ich sehe gerade, dass wir... Ja gut. Also wir sollten nicht ewig warten. Bis wir das hier... Äh, ausschalten. Wir könnten diesen Tunnel blockieren, wenn wir diesen großen Felsbrocken losbrechen. Ah. Na dann, machen wir das doch mal. Es ist weitere Verstärkung eingetroffen. Sehr gut. Oh, wir hätten mal den... Den letzten stören können. Leche. Kalos. Prostagma? Ne. Das ist gut zu wissen. Prostagma. Los auf sie. Prostagma. Also ich weiß nicht, wer es ist. Ich glaube, es ist Ajax mit seiner Fähigkeit, aber... Irgendwer haut gerade auch Dezyklopen einfach übelst schnell kaputt. So, der ist blockiert. Das ist gut. Denn alles, was wir hier blockieren, heißt... Da kommt keine Verstärkung für die Gegner durch. Vulume. Äh, ich will gucken, dass wir spätestens... Wenn wir so bei... Isto. Vulume. Ja, 35, 40 Prozent. Dann sollten wir echt mal... Beordert die Verstärkung zur Ramme! Dann machen die... Etimos. Zerstören die Ramme. Pani. Weil ich sag mal so, das Ding hält einiges aus. Pani. Warum bist du total angelaufen? Bist du nicht los? Das sollte ich vielleicht mal bei denen hier ausschalten, ne? Isto. Ich setz mich die ganze Zeit ein, ohne dass es irgendwas bringt. Malista. Vulume. Los, hier ist irgendwas... Ähm... Jungs. Ne. Malista. Diese Medusen werden uns gegen unsere Feinde beistehen. Ne. Sehr gut. Die Medusen sind immer gern gesehen auf unserer Seite. Auf der gegnerischen Seite definitiv nicht, aber... Es ist weitere Verstärkung gekommen! Sehr gut. Prostagma. Ähm... Ihr sammelt euch mal hier. Hier kommt auch mit. Ich meine, wir gehen jetzt nicht mehr. Was haben wir denn hier? Isto. Kalos. Gut. Romantikore. Malista. Ne. Vulume. Ich hab' die falschen Fähigkeiten, glaub' ich. Das hier ist die Fähigkeit von Kairon, glaub' ich. Okay. Es ist weitere Verstärkung gekommen! Sehr gut. Petimor. Vulume. Hier kommt man hinterher. Orthos. Leise. Panik. Wunderschöne. Jetzt haben wir... Ne. Achso, weil ich vielleicht nur noch ein paar Gegner kam. Hm. No. Ist natürlich nicht nett, aber das können wir auch. Guck mal. Sogar viel Knobber eingesetzt. Ist da, kann es das schon? Oh, da hat er sich einfach direkt verpisst. Prostakma. Vulume Malista. Mantos. So, wie viel Leben hat das Ding? Oh, nur 23.000. Das Tor zerbricht. Es ist weitere Verstärkung eingetroffen. Leche. Ist das gut. Banni. hier können wir es nicht mal ist da gebt euren nutzlosen angriff auf ja es gibt einfach was müssen wir tun um diese rahme zu zerstören weiter drauf die hat halt gute resistenz also hackrüstung 60 prozent 90 prozent durchbohren wir bräuchten halt irgendwas mit zerschmettern aber wir haben halt keine belagerungsgeräte aber es geht auch so wie wir sehen geschafft poseidon sei dank es ist weitere verstärkung gekommen es kann natürlich auch sein dass die stimmen nur in den cutscenes nicht passen also die neuen nehmen weil sie trotzdem die neuen cutscenes sind das weiß ich nicht ich weiß nicht ob die cutscenes komplett vorgerendert sind sehr interessant ich dachte ihr wäre so klug gewesen meine warnung ernst zu nehmen zum glück führen mehrere wege in den tartarus dieser kann also ruhig geschlossen werden unangenehm okay dann scheinen wir jetzt im hart ist gerade eingesperrt zu sein was natürlich unangenehm ist unsere helden versuchen mit hilfe der schatten aus der unterwelt zu einkommen ja das können wir machen wir jetzt natürlich auch noch weil es wird ewig dauern hier durchzugraben der zyklop sagte es gäbe noch mehr wege in die unterwelt also gibt es auch noch andere wege heraus weil er vom tatarus gesprochen hat also wir sind hier fremd aber sie sind zu hause in diesem reich sie können uns hier herausführen das werden wir auch gleich tun ähm wie gesagt äh gargarenses sprach explizit vom tatarus was eine tiefere ebene der unterwelt ist also wir sind momentan ja im erebus glaube ich ähm äh die schatten sind sehr praktisch die ähm funktionieren genauso wie die schäden in warcraft 3 die sind unsichtbar ähm können nicht angreifen doch wir sollten ihre hilfe mit bedacht nutzen okay die sind so leicht du musst hades reich durchqueren und seine verlorenen reliquien bergen äh 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 also irgendwie haben die hier auch sicht bekommen hier auch immer aber ja die schatten sind entsprechend ein kult stück besser als die schämen aus warcraft weil die können zu haben und zwar mit 150 äh äh göttlichen schaden und die sind halt echt heftig aber ja die halten halt dafür nichts aus ne äh 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 gegen medusen ist natürlich fies äh äh ach soo ach soo okay ne die killen einfach ne mythische einheit instant aber gehen dabei drauf das hätte ich vielleicht nicht mal drucken sollen äh so da ist eine von den die killen die wir brauchen äh 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 die holzigkeit euch wurde der göttliche zauber der bronze gewährt sehr gut sehr nützlich äh 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 nicht viel ein und neuer schatten sehr gut so jetzt lass mich nochmal ja wir sollten nach weiteren schatten suchen wird sofort eine mythische einheit aber geht dabei selbst zu kommen und ich gehe davon aus dass wir hier keine menschlichen gegner finden mhm so okay wir hätten also auch hier lang gehen können wahrscheinlich ich werde mal gucken das sieht ein bisschen verdächtig aus hier deshalb will ich zumindest den Löwen hier drücken wulme es machen kalos es machen so und du gehst schon mal ein bisschen weiter voraus wir sind gerettet ah sehr gut ätimos äh und so ein paar soldaten geholt nee mal ist da nee okay hier patrouillieren ein paar Zykloben panie und da oben sind aber wieder einheiten nee mal ist da nee mal ist da nee vulume panie okay machen wir es lieber so das wird die jetzt erstmal kaputt hauen so alle anderen halten sich ja dürfte auch drauf schießen Es ging nur darum, dass keine anderen Einheiten in den Nahkampf gehen. Das Problem ist, dadurch, dass Kairon halt die Reliquie hält, kann er... Okay. Kann er halt gerade nicht mitkämpfen. Was nicht so dramatisch ist. Kairon macht zwar auch einen schlechten Schaden gegen mythische Einheiten, aber... Nichtsdestotrotz, geht auch ohnehin, wie wir sehen. Wir können natürlich auch die Reliquie nach... Ah, nee, er legt die Reliquie automatisch ab zum Anstreffen. Das ist praktisch. So, hier unten sind noch ein paar... Steinchen, die würde ich vielleicht erstmal kurz kaputt machen. Vielleicht sind hier auch noch ein paar Soldaten hinter. Aber das ist wirklich gut, dass sie... Weil ich bin mir relativ sicher, dass das Original nicht der Fall war. Also, dass die Einheiten dann... Also, dass wir den wirklich selber befehlen mussten. Mal lass die Reliquie fallen und danach... Trümmerst du dich mal um... Ah, um alles andere. Ah, Mumien... Äh... Mumien sind sehr nervig. Die haben eine ziemlich fiese Fähigkeit, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau, die können nämlich unsere Einheiten jetzt instakillen... Nee, nicht instakillen, aber... Aber, ähm... Die in... Und rote Diener verwandeln, wenn sie sie getötet haben. Und deshalb, ähm... Gehen wir hier clevererweise nur mal mit Dingens vor. Oh, Krokodile. Ja gut, Set, äh... Es hat Bock auf... Äh... Oh, noch ein Schirm. Ja, Schatten, sehr gut. Und ja, dadurch, dass die vom Prinzip auf ein Instakill gegen... Äh, mythische Einheiten sind... Sind die echt richtig stark. Halleluja. Das hatte ich gar nicht mehr so im Kopf. Ich hab immer gedacht, dass die halt wirklich wie die Schämen in Warcraft 3 sind, aber gut. Es ist wahrscheinlich auch einfach, dadurch, dass... Mein Warcraft 3, äh... Spielen wesentlich kürzer her ist als mein Edge of Mythology. Uns wurde die Wiederherstellung gewährt. Oh, sehr gut. Das können wir gut gebrauchen. Also, im Endeffekt können wir das gut gebrauchen, muss man ganz ehrlich sagen. Ich bringe euch über den Fluss, Döx. Aber seid gewarnt vor den Kreaturen, die darin lauern. Okay. Et man, Etimus. Gut, also eine Bootsfahrt. Und hier hinten ist natürlich ein fucking Kraken. Ich muss uns ein bisschen beeilen. Ich muss uns ein bisschen beeilen. Lege. Etimus. Okay. Prostagma. Ah, die sollen wahrscheinlich halt auch gleich mal dienen. Ich muss uns ein bisschen beeilen. 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 Das ist Wahnsinns. Hier sind noch ein paar Leute. Okay. Schlangen, Schlangen, Gottes Kraft. Nervig, aber okay. Zählen die eigentlich als... ...mütische Einheiten? Nee. Sollten nicht. Okay, doch, scheinbar. Bisschen dumm, aber okay, dann ist das halt so. 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 Kommt euch einfach mal weiter vorwärts. Also eine ganz loode Idee. Jetzt hier den Fluss entlang noch andere Dinger. Nein. Zumindest wenn, dann nicht, dass wir sie jetzt erreichen könnten. So. 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 Einfach, dass wir die Mithüsen los sind. So, dann kann der Rest sich wieder um die Red jetzt kümmern und Arcanthos kann dann die letzte Trophäe nehmen. Danach werde ich auch mal eben kurz mit der Regeneration arbeiten und unsere Einheiten heilen. So, können wir auch einfach meine Liste schon aktivieren. Etemos ist ein Gewittersturm von Zeus geschickt. Ein Gewittersturm gilt für Hera. Alles, was den Himmel angeht, ist eigentlich Hera's Gebiet. Alles hat nur den Herrscherblitz. Hm, dann haben wir noch Schatten, schön. Was gibt es denn hier vorne? Ich finde es sehr angenehm, dass wir einfach mit einem Doppelklick auf unsere Helden einfach alle anvisieren. Das gefällt mir. Ach Gott, ich bin ja nicht mit einem Doppelklick auf unsere Helden. Etemos ist ein Gewittersturm. Etemos ist ein Gewittersturm. Das ist ein Gewittersturm. Okay, weiter den Schatten hinterher. Ähm, okay. Etemos ist ein Gewittersturm. Abzugsverwaltbrand. Weil, warum nicht? Etemos ist ein Gewittersturm. Das bringt richtig viel, da den Wald abzufackeln. Also, wenn ich würde jetzt hier noch zwei, drei Mal zünden. Und dann auch. Komm, da kann man eben. So, das sind wir hier. So, wenn wir das können. Let's go. Ihr entspannt dahinter. Ja, das wäre wahrscheinlich auch ein schönes Ziel für den Gewittersturm gewesen. Aber, wofür? Das war gerade ganz sinnvoll, glaube ich. Das wird mir auch echt mal angewunden, dass ich hier auch mit den Helden einfach auswählen kann. Das ist mich jetzt ein bisschen überrascht. Okay, wahrscheinlich müssen wir dir jetzt in den richtigen Dingens abgeben. Was hast du? Du hast den Schild der Athene. Das ist ja... Ich erkenne da jetzt nicht unbedingt eine Frau drin, aber okay. Du hast... Ja gut, nee, Hera. Okay, nee, dann ist das vollkommen irrelevant. Ich dachte, dass das jetzt noch so ein kleines Rätsel ist, dass wir die sortieren müssen oder so. Doch, müssen wir. Unsere Aufgabe ist erledigt. Die Reliquien sind wieder an ihrem Platz. Party! Okay. Was auch immer das gerade für ein Soundeffekt war, aber okay. Weird. Gut, war jetzt nicht besonders herausfordernd. Tempel. Arcanthos, die Götter waren schon früher mit euch. Vielleicht wird einer von ihnen jetzt auch helfen, wenn ihr sie bittet. Gut, dass in einem von ihnen Poseidon verehrt wird. Es hat keinen Sinn. Warum antwortet Poseidon nicht? Vielleicht ist euch ein anderer gesonnen. Was ist mit Zeus? Ihr alle, geht! Schnell! Ich muss sagen, Zeus ohne Herrscherblitz. Ich habe schon fast damit gerechnet, dass das Dionysos sein soll. Wobei Dionysos meistens jünger dargestellt wird. Wir hätten das erste Tor zu Tartarus öffnen sollen. Wenn du den Atlanter getötet hättest, als er dir den Dreizack abnahm, hätten wir das auch gekonnt. Was, wenn er aus der Unterwelt entkommt? Was schon. Er wird keine Armee ausheben und sie nach Ägypten führen, bevor ich den Altvorderen befreit habe. Was ist mit den ägyptischen Göttern? Einzig Osiris würde gegen uns stehen und Kemsid behauptet, dass Seed sich um ihn gekümmert hat. Ausgezeichnet. Selbst wenn erkannt, dass aus Erebus entkommt, wird er mir nicht noch einmal entgehen. Das wäre besser für ihn. Poseidon wünscht seine Söhne wieder an die Macht. Kein Atlanter wird ihn aufhalten. Ägypten spielen sich sehr anders, das weiß ich. Dann nehmen wir jetzt die Zeit und gucken uns das Einführungsvideo noch an. Und für die nächste Folge würde ich dann eh den Mod erstmal wieder deaktivieren. Wobei ich, wie gesagt, auch... Wenn sie die Ägypter spielen, sollten zwei Dinge bedacht werden. Erstens. Der Pharao ist eine der wichtigsten Einheiten. Er kann beauftragt werden, seinen Zauber auf Gebäude in ihrer Stadt zu legen. Solange der Pharao ein fertig errichtetes Gebäude verzaubert, wird dort das Ausbilden von Einheiten, die Entwicklung von Verbesserungen und das Sammeln von Rohstoffen schneller durchgeführt. Der Pharao kann seinen Zauber auch auf die Grundmahnen anwenden. Dies beschleunigt den Bau eines Gebäudes. Im Kampf ist der Pharao sehr wirksam gegen mythische Einheiten. Da sie nur über einen Pharao verfügen, ist es sehr wichtig, wo und wann sie ihn einsetzen. Die Ägypter erwerben Gunst, indem sie Monumente errichten. Es können fünf verschiedene Monumente errichtet werden. Sie können von jedem Typ nur eines errichten. Mit jedem neu errichteten Monument steigt ihre Gunst schneller an. Und dass einfach jetzt keine Dings dabei ist. Keine Sprachausgabe. Hey, da wollte ich jetzt aber noch gar nicht rein. Ich skipp das mal, das gibt es dann in der nächsten Folge. Okay, jetzt ist schwarz, keine Ahnung warum. Vielleicht habe ich es auch kaputt gemacht. Ne, haben wir nicht. Sehr gut. Lassen zum Hauptmonee. Gut. Dann haben wir die griechische Kampagne doch jetzt schon abgeschlossen. Und ja, es waren noch zwei Missionen, Offenbarungen und Fremde. Und in der nächsten geht es auf nach Ägypten. Und ja, die Kurzeinführung hat Mühe erklärt zu Ägypten, aber nicht sonderlich viel. Also sie hat den Wert des Pharaos einmal verdeutlicht. Wobei der Pharao, glaube ich, immer noch nicht das Hauptgebäude verstärken kann, um schneller Dorfbewohner auszubilden. Das ist ein bisschen doof. Das ist so, das was man gerade am Anfang als erstes machen will, funktioniert nicht. Das ist Death. Äh, Death, genau. Was passiert, wenn man dämlich und doof auf einmal sagen will, Death? Führen wir jetzt als neues Wort bitte ein. Nicht. Gut, ähm, ich werde eben den Mod deaktivieren und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder in Ägypten. Bis dahin, bis dann. Tschau Freunde.